Mein Name ist Maria Silberstein. Ich bin 1947 geboren und mein Vater war ein russischer Soldat. Ich bin sehr stolz, dass ich auch russische Wurzeln habe und für mich bzw. für meine Familie waren die Russen die Befreier von Österreich. Das war für uns ganz wichtig. Es haben sich alle gefreut, dass die Russen kommen und Österreich endlich befreit wird.